Hallo ihr Lieben, ich bin heute im Semper Depot in der Innenstadt und ich habe heute ein spezielles Shooting und zwar für ein Studentenprojekt für eine Modeschule. Das Thema war eben Schachbrett und ich habe dazu das passende abstrakte Make-up gemacht und ihr könnt euch das in dem folgenden Video jetzt ansehen, wie das ganze Backstage abgelaufen ist. Viel Spaß und das war's! Musik Video Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020